Willkommen zu den Vivi News, heute besprechen wir auf jeden Fall die nächsten beiden Comic Drops, die wir auf Vivi sehen werden. Unter anderem gibt es einen Kommentar nochmal von Vivi zum Thema Payout. Außerdem gehen wir nochmal auf einen Text ein, den Reece geschrieben hat. Unter anderem geht es hier auch um die Vorwürfe, dass er Insider Trading gemacht haben soll. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Stan Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall, ja, mit einigen Dingen mit dabei, deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt ran das Video. Bevor wir jetzt aber rein starten, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz und aktiviere die Glocke. Dann verpasst du da draußen definitiv kein neues Video mehr und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Starten würde ich an dieser Stelle einmal mit den nächsten Comic Drops und das erste Comic, was wir jetzt sehen werden, unter anderem bald ist Fantastic Four. Annual Hashtag 6, einfach hier mit diesen Covern vorne dran. Wir haben hier an dieser Stelle wirklich sehr, sehr schöne exklusive Rare wie auch Ultra-Cover meiner Meinung nach, aber auch das Original-Cover sieht relativ gut aus. Schauen wir uns mal die Dropdetails an, das Ganze wird am 11. Mai, das heißt am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen und wir haben hier wie gesagt immer noch 5 Cover. Die Editionzahl für diesen gesamten Drop wird bei 5000 Stück liegen, außerdem wird der Listenpreis wie immer bei 6 Gems bleiben. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz die Go-Collect-Daten an für diesen Drop auf den ersten Blick, sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Bei einer 9.8 haben wir hier schon einen Preis von 19.000 Dollar, man muss hier aber auch ganz klar sagen, das sind gerade mal 9 Stück, die es auf dem Markt gibt. Ihr seht dann auch schon 9.6, 12.500 und dann fällt der Preis eigentlich auch schon ziemlich schnell. Und eine 5.0 bekommt man an dieser Stelle hier schon für 120 Dollar, also wir haben es an dieser Stelle wieder mit einem, ja, sehr interessanten Drop auf jeden Fall zu tun, aber man sollte hier auf jeden Fall nicht zu sehr rein formuen, denn immerhin gibt es hier von der 9.8 gerade mal 9 Stück. Dementsprechend, ja, ist das auf jeden Fall nichts, was man hier an dieser Stelle überbewerten sollte. Schreibt mir aber auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare, ob du den ganzen Drop mitnimmst oder nicht. Ich persönlich jedenfalls skippe den ganzen Drop. Im Anschluss würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz den heutigen Comic-Drop an mit den Drop-Details hier einmal. Marvel Preview, Hashtag 7 ist das Ganze einmal und das Ganze kommt heute um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Wir haben hier insgesamt wieder 5 Cover mit natürlich auch 2 Exklusiv-Covern mit dabei. Das Ganze wird wieder eine Edition-Auflage von 10.000 Stück haben, unter anderem einen Listpreis von 7 Gems. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare, ob du den ganzen Drop mitnimmst oder nicht. Für mich persönlich jedenfalls keinen Drop, den man unbedingt mitnehmen muss. Auch die Go-Collect-Daten sind an dieser Stelle nicht allzu vielversprechend. Anschließend kommen wir zu einer kurzen Meldung von Vivit, was das Thema Payout angeht. Also großes Update gibt es an dieser Stelle nicht, aber sie haben auf jeden Fall geschrieben, dass sie sich freuen darauf, uns bald mitteilen zu können, dass sie einen neuen Partner haben für die Auszahlfunktion weltweit. Momentan ist es ja nur in den USA möglich, aber es wird natürlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, laut ihnen. Was man jetzt natürlich hier sehr kritisieren kann. Das Ganze ist natürlich schon relativ lange. Ich persönlich kenne mich aber auch da nicht aus, wie lange sowas braucht, um wirklich so einen Payout-Provider zu etablieren in eine Plattform. Deswegen, ich persönlich halte da die Füße still. Ich brauche auch keinen Payout. Für die Leute, die unbedingt auszahlen wollen, ist das natürlich eine doofe Sache. Aber nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, gilt es hier abzuwarten und erstmal zu schauen, wie lange das Ganze noch dauert. Es bringt jetzt hier nichts, irgendwie zu schreien, wir brauchen jetzt Payout. Wir brauchen jetzt Payout, davon wird es einfach nicht schneller kommen. Das muss jedem klar sein. Außerdem gibt es nochmal eine ganz kurze Meldung, was das Thema MCP angeht. Dort soll anscheinend auch nochmal eine Rekalibrierung kommen. Unter anderem, wenn ihr mit euren MCP-Punkten nicht zufrieden seid, beziehungsweise denkt, dass dort auf jeden Fall zu wenig euch berechnet werden, dann schaut auf jeden Fall hier unter diesem Link einmal. Den werde ich euch unten in die Beschreibung packen. Und dann könnt ihr euch dort zum Beispiel nochmal melden und eure Situation schildern, beziehungsweise dann dort nochmal eine Korrektur eurer MCP-Punkte anfragen. Als nächstes, wenn ihr jetzt schon eine Aufmerksamkeit habt, hier eine ganz kurze Livestream-Ankündigung. Und zwar nämlich für den Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit. Und zwar werde ich hier das Thema nochmal behandeln, wieso ich persönlich jedenfalls an Vivi glaube. Unter anderem habe ich am 15. Mai mein zweijähriges Jubiläum bei Vivi. Und dementsprechend werde ich euch noch so ein kleines Recap geben, wie es mir in den letzten zwei Jahren ging und ob ich damit zufrieden bin, was Vivi bis jetzt geleistet hat. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da draußen mit dabei seid. Wie gesagt, Mittwoch 20 Uhr geht's los. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auch den weiteren Part des Videos an. Und der weitere Part ist mehr oder weniger hier von Reese bestimmt, denn er hat ja nämlich darauf geantwortet, warum er zum Beispiel anscheinend Billionen von Tokens, beziehungsweise Milliarden von Tokens an dieser Stelle verkauft hat, in Kombination mit zum Beispiel bestimmten Announcements. Erstmal sollte man sagen, dass eigentlich Insider-Trading an dieser Stelle wirklich relevant wird, wenn jemand zum Beispiel, bevor der Kurs weiter abrutscht, weil ein schlechtes Announcement kommt, davor verkauft oder beziehungsweise einen Token kauft, wenn dann ein gutes Announcement kommt und das Ganze pumpt. Und das heißt, dass man daraus wirklich einen Profit zieht. Das Ganze ist aber tatsächlich bei ihm nicht der Fall, sondern er hat, wenn überhaupt, Tokens davor verschoben, bevor ein Pump kam und hat das Ganze dann im Pump verkauft, was an dieser Stelle nichts Verwerfliches ist, weil das hätte nämlich genauso jeder von euch auch tun können. Nichtsdestotrotz schauen wir uns auf jeden Fall mal an, was er jetzt hier geschrieben hat. Er schreibt ja erstmal, er wünschte, dass er mehrere Billionen von Tokens hätte, das hat er aber anscheinend dann nicht. Außerdem schreibt er hier, dass er einfach nur Profits mitgenommen hat über den gesamten Zyklus, da er sich halt auch des gesamten Krypto-Zyklus bewusst ist und dementsprechend natürlich jetzt auch nicht mehr so viel hat, aber halt im letzten Bullrun dadurch sehr viele Profite einfallen konnte, die er jetzt halt anderweitig investieren kann. Außerdem schreibt er halt auch, dass natürlich es, wie gesagt, einfach diese Zyklen gibt und dementsprechend man sich hier auch natürlich anpassen muss. Unter anderem ist es ein freier Markt, das heißt, er kann seine Tokens wann und wie und warum auch immer verkaufen. Natürlich muss man an dieser Stelle schauen, wie das natürlich auch reinhergeht mit bestimmten Announcements und so weiter und so fort, aber an dieser Stelle ist die Blockchain sehr, sehr transparent und Rhys ist sich, glaube ich, dessen auch genauso bewusst. Dementsprechend würde er hier auch nichts machen, was ihn oder das Unternehmen in irgendeiner Weise in Bredouille bringen wird. Da bin ich mir eigentlich zu 99,9% sicher. Außerdem schreibt er hier auf die Frage noch dazu, warum noch keine Exchanges da sind, dass er natürlich auch genauso deprimiert ist wie wir, was anscheinend hier heißt, dass es nicht unbedingt daran liegt, was Rhys gemacht hat, sondern eher, was andere Instanzen dort versäumt haben beziehungsweise ob es das VIVI-Team ist, was halt einfach an UUP hier nicht weitergearbeitet hat beziehungsweise einfach keine Prio gesetzt hat. Und an dieser Stelle scheint das wirklich hier nicht an Rhys wirklich zu liegen, der das Ganze entworfen hat, sondern wirklich an den Developern. Und er ist genauso frustriert, aber er sagt halt auch, dass er jetzt hier auf jeden Fall eine gute Infrastruktur zusammen mit Mitch und auch dem Nester, dem CTO von VIVI und dementsprechend er hier relativ optimistisch ist. Außerdem sieht er es genauso weiterhin, dass hier auf jeden Fall erst mal Utility sein muss und dann auf jeden Fall auch das Exchange-Listing deutlich einfacher wird und dann auch nachhaltigerer Pumps kommen werden. Aber das alles mit der Zeit, das wollte ich auf jeden Fall mal ganz kurz hier mit euch geteilt haben. Und ich würde sagen, im Zuge vom OMI-Token direkt schauen wir uns, ob wir nochmal hier ganz kurz die Daten an. Wo steht er denn momentan? Momentan sind wir hier bei den 3,0 und 5,9, unter anderem gerade 4,5% M+. Das Ganze sieht für mich weiterhin momentan danach aus, dass wir hier auf jeden Fall nochmal weiter abfallen werden. Wir haben jetzt hier nochmal einen großen Pump gesehen, beziehungsweise einen großen Pump gesehen von 4,5%. Nichtsdestotrotz denke ich mal, dass wir hier trotzdem weiter abfallen werden. Ich zeige euch mal ganz kurz hier meine Kaufzone, die ich schon mal mir eingezeichnet habe. Meine Kaufzone ist hier von 0,005 bis 0,0046. Dort sehe ich persönlich den Token. Definitiv nochmal, wir haben ja auch eine sehr schöne Bestätigung gesehen, das war ja auch schon meine Prediction an einem meiner letzten Videos, dass wenn wir hier abgelehnt werden, dass wir dann auf jeden Fall nochmal weiter abverkaufen. Hier sehen wir es auf jeden Fall, wir haben dieses Low hier gebrochen. Das ist nochmal eine sehr, ja sagen wir mal so, große Bestätigung dafür, dass wir auf jeden Fall hier noch weiter abfallen werden. Wahrscheinlich hier in diesen Bereichen etwa, wo wir dann wahrscheinlich Support finden werden. Sollten wir weiter unter diese Zone brechen, dann weiß ich persönlich ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter, wo wir dann erstmal landen werden. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Und ansonsten war es das an dieser Stelle mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dir das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir da draußen fürs Zusehen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.